Fremde Freunde. Guido-Maria Kretschmer lädt drei Prominente ein, die sich nicht kennen. Zu Hause ist es jetzt. Für 24 Stunden teilen sie ihr Leben. Für mich war das ein wichtiger Moment, als meine Mutter zum ersten Mal sagte, ich bin stolz auf dich. Da war ich allerdings schon 34. So lange. Wie wurden sie zu den Menschen, die sie heute sind? War schön, dass man mit euch solche Sachen bereden kann. Fremde Freunde. Die unerwartete Begegnung am 19. Dezember.